Hallo und Willkommen bei den Spiegel-News mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr reinschaut zu unserer Top 3 im Februar. Wir wollen wieder euch unsere coolsten Spiele zeigen, die uns den meisten Spaß gebracht haben. Es müssen nicht die Top 10 der Boardgame-Geek-Ranking-Liste sein. Nein, es sind unsere Spiele, die uns am meisten Spaß gemacht haben. Die werden wir euch jetzt gleich vorstellen. Wie immer hat Melli hier einen Stapel, den ich nicht kenne. Angelo hat dort einen Stapel, den ich nicht kenne. Der ist aber diesmal echt mickrig. Ich habe nicht alles gefunden. Vielleicht haben wir Übereinstimmungen oder ich habe das Zeug so gut aufgeräumt, dass wir es nicht finden. Wir haben auch wieder ein Spiel dabei, welches uns nicht so gut gefallen hat. Über das Quatschen werden wir immer ganz am Schluss. Und ich würde sagen, ich fange einfach mit meinem Platz Nummer 3 an, den ich nicht gefunden habe. Achso, ich wollte ja nicht wegkommen. Das ist nämlich Lock Up, ein Spiel aus dem Roleplay-Universum. Ich habe aufgeräumt. Ich kann dir sagen, wenn man in den Keller reingeht, gleich vor dem Mittelregal, links, dann hinten rum und über Kick-Ass ist es drin. Jetzt wisst ihr das, Leute. Wenn ihr mal da seid und Bock auf Lock Up habt, über Kick-Ass ist es drin. Warum hat mir Lock Up besonders gut gefallen? Weil ich finde, es ist so ein typisches Brettspiel-Abendspiel. Es hat nur ganz wenig Regeln. Es geht darum, dass wir im Roleplay-Universum eine Gang verkörpern, die in einem Gefängnis eingesperrt ist. Und wir werden versuchen, nach und nach in diesem Gefängnis unsere Gang einzusetzen. Über verschiedene Stärkepunkte werden wir dort Mehrheiten generieren, werden Ressourcen sammeln, werden Items craften, können unseren Leader noch ein bisschen aufpumpen im Fitnessstudio. Dann ist ja immer stärker und stärker jede Runde. Ich finde es großartig. Also wirklich super simple Regeln. Es ist so eine Art Beat-Mechanismus. Man darf in jedem Raum aber nur einmal reingehen, um zu beaten. Ich blende wie immer ein paar Bilder gleich ein. Da seht ihr ein bisschen mehr, was ich meine. Und ich finde es einfach ein cooles Spielgefühl. Es ist so ein bisschen Blöffen, weil man darf auch verdeckt seine Leute zweimal. Also zwei seiner Gang-Mitglieder kann man auch verdeckt reinmachen. Vielleicht blöfft man. Es kann zu einem Aufstand kommen im Knast. Dann kriegt derjenige, der die meisten Verdächtigungspunkte hat, der verliert acht Siegpunkte. Also versucht man vielleicht noch diese Punkte jemand anderem zu geben oder sie wieder loszuwerden. Also es hat eine schöne Interaktion. Es ist schön illustriert, finde ich. Es spielt im Roleplay-Universum einfach gespielt. Ich mag es. Platz drei. Lock up. Ich fand es auch richtig gut. Habe es aber diesen Monat nur einmal gespielt. Du hast es ja öfters gespielt. Und wir haben seit kurzem auch die Erweiterung im Haus. Und ich glaube, das hat auch diesen Ausschlag gegeben, das Ding mal wieder auf den Tisch zu bekommen. Absolut. Mir hat es auch ordentlich Spaß gemacht. Auch wenn man es ein bisschen foppen kann. Ja, ich habe einmal eine ganz schöne Dings hier angezettelt im Knast. Hat mich Punkte gekostet. Aber trotz allem war ich dann Zweiter. Gut. Ich habe ordentlich noch Gas gegeben. Ja. Ich gucke jetzt nicht, was du auf Platz Nummer drei hast. Bei mir auf Platz Nummer drei. Ich habe es gefunden. Du hast es gesehen. Ich habe es gefunden, weil es ist bei den Neuheiten gewesen. Fürs neue G-Sleeved. Ah, Tumpletown. Das war noch von so einem, naja, ich weiß nicht, wie gut ich es finde. Hat sich von Partie zu Partie etwa gesteigert, scheinbar bei dir. Ja, ziemlich. Also ich fand es schon in der ersten Partie cool. Wobei ich da sehr überrascht war. So, wie jetzt ist es aus? Ich wollte doch so viel noch bauen. Hallo? So. Hallo, so. Danke, mein Platz zwei. So. Ja. Ja. Tumpletown möchte ich euch auch kurz zeigen. Ich finde es einfach so genial. Wir haben hier eine Main Street. Und da werden wir unsere Gebäude entsprechend errichten. Und ihr seht schon, es ist ein Workerblazer oder Workerbilder. Nennt man das? Ich habe keine Ahnung. Ein Ressourcensammler eigentlich. Also wir sammeln eben Würfel. Wir holen uns Gebäude, die wir eventuell entsprechend bauen möchten. Diese geben uns irgendwelche Boni. Sie geben uns natürlich Siegpunkte und sie geben uns auch noch Symbole. Und die wollen wir eben sammeln, weil jeder hat so sein Lieblingssymbol, wo noch Punkte bekommt. Und dann werden wir diese Würfel entsprechend hier türmen, entsprechend wie das Gebäude ist. Und dieses Gebäude werden wir hier auf unserer Main Street platzieren. Und auf der Main Street gibt es dann auch noch gewisse Regeln. Da wollen halt diese Würfel so und so platziert werden und sie möchten so hoch sein. Und dann gibt es halt noch zusätzliche Sachen in dem Basisding. Hat man so zwischen diesen Gebäuden mindestens eine Lücke, dann bekommt man noch zusätzliche Punkte. Und ich finde es richtig cool. Es ist schnell gespielt und es macht echt Spaß. Also man muss aber auch gucken, dass man hier an dem Ball bleibt. Ja, und es ist wirklich super schnell rum. Also man hat gerade so angefangen, irgendwie die Beute zu bauen und vielleicht gerade zu verstehen, wie es funktioniert. Dann ist er aus. Wie, aus. Ein schönes Spiel. Auf jeden Fall. Ist leider nur auf Englisch erhältlich. Ja, momentan ja. So. Weg damit. Ich brauche jetzt nämlich Platz, Leute. Mein Platz Nummer zwei habe ich aus optischen Gründen nicht hier platziert. Sonst wüsste Melli sofort, was es ist. Ich werde ihn kurz holen. Ja, weil ich habe noch... Ich muss auch kurz meine Corona-Jogginghosen-Stick hochziehen. So, dele. Wenn du meine Poporizze seht. Ja, das wollen wir nicht sehen. Piep, piep, piep. Ich wusste aber, dass Angelo dieses Spiel auf jeden Fall in seiner Top 3 drin hat, weil ich habe das Teil hier weggewuchtet, bevor wir gedreht haben und denke mir, wie will er das in seiner Tüchle packen? Das fällt auf. Die kommt nämlich hier rein. Hast du was nicht gefunden oder willst du mich veräppeln? Ich habe was nicht gefunden. So, mein Platz Nummer zwei ist Olphea Torment of Resurrection. Es ist nur so klein, wiegt ungefähr 76 Kilo. Nur! Keine Ahnung. Was ist Olphea? Oder ich sage einfach Olphea zu dem Ding, weil ich weiß ja auch Olphea. Es ist ein Open-World-Role-Playing-Game. So ein bisschen im Stil vielleicht von Spielen wie Baldur's Gate oder vielleicht Diablo. Wir verkörpern einen Helden und wir werden nach und nach dieses Gebiet erkunden, indem wir neue Hexteile anlegen, da können wir Händler finden, wir können Nebenquests machen. Ich mache mal kurz hier auf. Warum sitze ich jetzt so doof daneben? Ich durfte es nicht mitspielen. Aber wir haben alles wieder in die Boxen reingepasst, deswegen mache ich es wieder zu. Ich schläge die Bilder ein. Ja. Es ist ein wahnsinniger Materialschlag. Dabei sind die Regeln aber relativ zugänglich. Wir hatten den lieben Steffen da, der uns das Ganze erklärt hatte. Und wir hatten hier in einer schönen Männerrunde wirklich Spaß, denn wir haben das Einsteiger-Szenario gespielt. Und es macht Spaß, dass es dieser Mix aus Charakter aufleveln, Quests erfüllen. Was mir wirklich gut gefallen hat, ist, man spielt nicht gegeneinander im direkten Sinn, sondern jeder verfolgt seine Ziele. Aber wenn man gegen Monster kämpft, dann übernimmt ein anderer Spieler die Rolle des Monsters. Dann kriegt er je nach Monster verschiedene Karten, die er einsetzen kann. Und er ist natürlich auch ein bisschen motiviert, den anderen zu schlagen, weil dafür bekommt er Punkte am Spielende. Und die Art von Interaktion finde ich super, weil die ist nicht so konfrontativ. Wenn ich einen Monster angreife, weiß ich, jetzt lasse ich mich auf was ein. Ich muss gerüstet sein, ich kriege neue Waffen, ich kriege neue Ausrüstung, ich kann Sachen sammeln, ich kann so Elementargeistern gehen, die pushen mich, die verwirbeln vielleicht die Würfel, wenn die angrenzend sind. Und ihr habt hier wirklich ein Wahnsinnspaket an verschiedenen Möglichkeiten. Und mir hat es echt richtig gut gefallen. Es ging sehr lange, steht auch hier drauf, 30 bis 120 Minuten pro Spieler. Erstmal eine Ansage. Ja, kommt hin. Wir haben das Ganze sofort gespielt, ich glaube wir waren in knapp vier Stunden durch, also hatten wir nur 60 pro Spieler gebraucht. Ja, dann. Hat mir super gefallen. Da kommt auch bald ein neuer Kickstarter zu, dann werde ich euch das Ganze nochmal ein bisschen so kurz und knackig vorstellen. Hat mir super gefallen. Für alle so Open World, Sandbox-Leute, XIA, wie sie alle heißen, Western Legends, im Auge behalten. Da bin ich mal auf deine Nummer 1 gespannt, wenn du hier schon abgehst, wie das Zäpfle. Stimmt. Falls ihr nicht wisst, was Zäpfle ist, könnt ihr es gerne mal googeln. Googelt nicht Zäpfle, Leute. Nein. Macht das nicht. Das Zäpfle ist da hinten. Ja, das Zäpfle finden was anderes. Ich habe meine Nummer 2 total vergessen, weil Anschluss hier total euphorisch und boah. Ich gucke weg. Geht aus dem Bild raus, deswegen muss ich nochmal, ach ja, jetzt ist mir wieder eingefallen. Ja, ich habe diesen Monat die Neuheiten echt wirklich drin und zwar volle Lotte und meine Nummer 2 ist wie wenig. Damit kann ich mich fast schon jagen. Ich bin so schlecht in dem Spiel, das wird es nicht in meine Top 3 schaffen. Vorerst noch nicht. Fang mal an. Es ist ja kein schlechtes Spiel, ich bin einfach nicht gut darin. Ja, ist okay. Asyl 4, sag ich dir noch. Ich mache mal mit Anschluss einen romantischen Spiele-Arpen. Wir packen als erstes Asyl 4 raus, dann kommt noch Vivit und dann werden wir noch Echo Coralia Reef draufpacken. Da haben wir richtig viel Spaß und Freude dabei. Eva, du weißt Bescheid. Ja, Vivit Memories ist wieder von Floodgate Games und ich liebe die Spiele von ihnen. Sie haben unter anderem Sagrada gemacht, das war ein Highlight, haben wir damals in Amerika mitgenommen. Ich, kein Englisch können, irgendwie die Regeln durchgewurschtelt und so hat es eigentlich auch angefangen mit Floodgate Games. Und dann haben wir noch ganz andere tolle Spiele. Und Vivit Memories... Cosmic Colonies, glaube ich, heißt das eigentlich. Ähm... Und was möchten wir hier machen? Wir möchten hier unser Tableau vollpuzzeln und es ist wieder so ein Logik-Strategie-Spiel irgendwie. Weil wir haben wirklich wenige Aktionen. Wir sammeln eben solche Gedankensplitter, werden diese hier auf unserem Board einpuzzeln. Wir werden aber hier versuchen, noch solche Verbindungen zu schaffen. Denn diese geben uns dann entsprechend am Rundenende Punkte und wir dürfen diese Splitte hier außen reinlegen. Da schalten wir uns dann immer noch zusätzliche Punkte frei, die wir jede Runde bekommen. Ähm... Wir werden diese Teile platzieren und die geben uns dann auch wiederum Punkte, wenn wir gewisse Voraussetzungen in unserem Board haben. Ähm... Sie sperren aber auch unsere Aktionen, die jeder in der Basis hat. Und es ist so unglaublich gut, muss ich sagen. Also mir gefällt es, das zermartert einem das Hirn. Weil eigentlich versucht man auf diese Aufträge zu gehen, aber das ist nicht so unbedingt Sinn und Zweck des Spiels. Nein, das habe ich immer gemacht, weil ich habe mir versucht, diese Aufträge von diesen kleinen Kerten zu erfüllen. Aber ich glaube, Sinn und Zweck ist es, diese, was sind das, Gedankenstränge zu verknüpfen, die wirklich viel Vorausplanung voraussetzen. Aber dann könnt ihr tolle Sachen machen. Also diese Plättchen, die ihr dann nehmt von so Karten und setzt die ein, so ähnlich wie bei Sagrada. Dann entstehen da eben Muster. Mit den Mustern könnt ihr dann Karten erfüllen oder ihr macht diese Stränge nach speziellen Vorgaben und verbindet etwas. Ähm... Es fuchst mich. Es ist so cool. Aber ich bin blöd. Ich bin zu blöd dazu. Und deswegen nervt mich das so. Und dann bin ich, bäh, tue es weg. Lass uns morgen nochmal spielen. Dann verliere ich wieder und bäh, tue es weg. Und jetzt bin ich auf dem Punkt, wo ich sage, einmal mache ich noch. Wenn ich es jetzt wieder nicht hinkriege, dann landet es in der Ecke mit Asyl 4, was auch ein gutes Spiel ist. Aber mir irgendwie... Ja, ich suche mir dann andere neue Freunde. Ich suche mir einfach strategische... ...freunde, die mit mir solche Dinge spielen und mich mögen. Und das gerne auf den Tisch bringen. Ich bringe das ja auch gerne mit dir auf den Tisch. Ja, eben nicht. Weil wenn dann so... Wie willst du dich da konzentrieren? Da ist so ein Krummel und keine Ahnung. Wo wir wieder bei Melly's Boardgame-Sounds reden. Wir haben gerade die Orgs gemacht bei Herr der Ringe. Und ich gebe ja Anschluss schon die Tipps. Sag ich, du Schatzi, es liegt nicht darin, diese Aufgaben zu erfüllen, sondern das große Ganze ist hier Sinn und Zweck. Aber gut. Der Weg ist das Ziel. Ja. Dann hau mal raus, du Nummer 1. So, mein Platz Nummer 1. Ich weiß nicht, ob Melly draufkommt. Es liegt hier. Ja. Es knistert noch so schön, weil original verpackt. Jetzt weißt du es. Nein. Ich habe es gewonnen. Oh. So, was kann besser sein, als ein Platz 1, den man auch gewonnen hat? Es ist Five Drives von welchem Autor? Ah, Bruno Catalla. Melly's Lieblings französischem Autor, muss man dazu sagen. Einer meiner liebsten Lieblingsautoren. Ja, Five Drives ist schon ein bisschen älter. Es ist out of print. Leider. Deswegen ist es noch original verpackt. Ja, es ist ein kleiner Schatz von mir, den ich nicht auspacken möchte. Wir haben das nämlich spielen dürfen von Chris. Der hat es wiederum Eva geliehen, damit Anschluss endlich in den Genuss kommt von Five Drives. So ist es. Leute, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, Five Drives ist ein Spiel von Bruno Catalla, habe ich schon gesagt. Ist von Bruno Catalla, oder? Ist von Bruno Catalla. Und es geht eigentlich darum, dass wir hier jede Runde von einem Plättchen, entschuldigt, ein Männchen wegnehmen und auf jedem Plättchen, das wir laufen, wieder ein Männchen stehen lassen. Also ein Männchen stehen lassen, ja. Und am Ende, wo wir angekommen sind, die Farbe, die sich matcht, dessen Aktion des Weepers darf ich ausführen. Da gibt es dann zum Beispiel den Meuchelmörder, wo ich dann angrenzend wieder ein Männchen wegmachen kann. Wenn ich es schaffe, dass dort alle Miepel quasi, weil ich die ja wegnehme, dessen Aktion ich mache, dann kann ich da drauf einen Kamel von mir setzen. Das gibt dann Punkte für das Plättchen. Also Anschluss hat echt viele Kamene eingesetzt und weiß nicht, wie das Tier heißt. Doch, aber ich muss jetzt gerade überlegen, weil man kann auch noch ein Zelt einsetzen. Wir haben das Ganze mit einer Erweiterung gespielt. Und ich mag einfach dieses Spielgefühl, weil es ist so ein bisschen wie Yamatai umgedreht. Bei Yamatai habt ihr bunte Schiffe, die ihr so nach und nach hinlegt. Auch von Bruno Catalla. Auch von Bruno Catalla. Und hier ist es genau andersrum. Ihr nehmt hier was weg und platziert es. Also es ist einfach ein toller Mechanismus. Ihr habt ein bisschen Set Collections. Das Ganze ist natürlich jetzt kein Experten-Spiel. Das ist so ein wirklich rundes, fluffiges Kennerspiel. Es macht aber wirklich Spaß. Und es ist auch schon ein Ticken älter. Deswegen vielleicht auch Out of Print. 2014 steht hier, Leute. Es ist einfach ein frisches Spiel. Das könnte so einfach direkt in den Reprint gehen. Es würde sich wahrscheinlich verkaufen wie geschnitten Brot. Also Five Drives, wenn ihr es zu Hause habt, werdet ihr wissen, was ich meine. Wenn ihr es nicht habt, dann seid ihr wahrscheinlich ein bisschen traurig. Wir hoffen immer noch, dass es eine deutsche Version geben wird. Als Alternative. Man kann das Teil ab und zu im Ausland kaufen. Es ist komplett sprachneutral. Und es gibt eine deutsche Anleitung. Es gibt deutsche Anleitung. Runde laden. Also Five Drives hat mir echt mega gut gefallen. Auch wenn jetzt diese Ausstrahleuphorie vielleicht nicht so klingt wie bei Euphia. Aber es ist wirklich toll. Ihr habt so viele Möglichkeiten. Ihr könnt dann noch die Plättchen mit mehr Punkten machen, indem ihr Palmen drauflegt. Ihr könnt über, wie heißen die? Genies. Nicht Genies? Sonst Genies? Ich weiß nicht. Hier gibt es so Geister. Mit denen könnt ihr wieder Punkte machen. Die geben euch Sonderaktionen. Es ist ein tolles Spiel. Also Schande über mich, weil ich so lange nicht gespielt habe. Ich muss sagen, optisch hat sich nicht umgehauen. Die Frage ist jetzt natürlich, ob wir es wieder spielen werden. Weil dann müsst ihr es ja auspacken. Ich werde es wahrscheinlich auspacken. Das hat mir echt gut gefallen. Und die liebe Eva wird sich jetzt wundern, so wie jetzt war es jetzt? Das ist wirklich auf deinem Platz 1. Wollt ihr mich ver... Weil Melli was Besseres hat, meint sie? Nein, aber ich muss sagen, am Anfang, es hat mich erst mal erschlagen, diese Männchen, diese Buntheit, dieses... Also es ist halt echt... Was soll ich machen? Man kommt hier halt auf den Plan, ihr kriegt die Regeln erklärt und denkt ihr, okay, wo soll ich denn jetzt anfangen, hier überhaupt einen Schritt zu machen? Weil man will ja natürlich... Das ist ja auch noch das, wenn man hier was wegnimmt, gibt man anderen Vorlagen. Also man versucht, das ganze Spielfeld zu überblicken. Machen wir mit deinem Platz 1 weiter. Ja, mein Platz 1 wird so richtig entspannt und toll und vielleicht auch nicht. Mal gucken. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also das müsste man eigentlich schon wissen, was jetzt mein Platz 1 ist. Oh, Cape May, dann sind sie entspannt, oder auch nicht? Ja, weil es geht hart zur Sache. Jeder möchte hier die besten Bauplätze haben. So ist es nämlich. Und manche haben einen Vogel oder sammeln halt Vögel. Und ja, Cape May ist mein Platz Nummer 1. Ich muss sagen, allein dieses Cover, das hat mich ja direkt in Bann gezogen. Und das Spiel an sich ist auch sehr stimmig und hübsch und es ist einfach toll. Und nein, es ist nicht wie Monopoly. Muss ich jetzt hier einfach mal sagen. Es ist ein richtig tolles Spiel. Wir haben hier Grundstücke. Auf diesen Grundstücken wollen wir natürlich Häuser platzieren. Wir wollen Shops bauen. Die wollen wir zu einem Business upgraden, weil diese Shops und Businesses, die gräben uns Zaster. Und Zaster brauchen wir in dem Spiel. Wir fangen mit einem gewissen Betrag an, aber wir müssen uns dann Einkommen generieren. Und Einkommen brauchen wir. Wir brauchen viel Geld. Denn wir wollen nämlich Häuser bauen und diese wollen wir wiederum, diese Cottages, wollen wir wiederum upgraden. Und die wollen wir auch richtig fett upgraden mit einem Zaun drumherum und vielleicht noch am Strand bauen. Und da gibt es dann noch mehr Punkte. Und ich finde es einfach toll. Die Mechanik ist eigentlich, dass wir unseren Miepel hier über diesen Stadtplan bewegen. Und je nachdem, wo wir stehen, können wir dort Gebäude eben errichten. Wir haben noch so Sonderkarten. Die geben uns dann irgendwelche Boni. Die machen Vergünstigungen. Die lassen uns irgendwo hin bewegen. Und das Ganze läuft eigentlich auch über Handkarten ab. Wir haben nämlich die Zahlen von 1 bis 7 auf der Hand und die können wir ausspielen, um uns zu bewegen. Aber irgendwann gehen uns halt die Karten aus. Und dann ist es eine Aktion und man muss diese Karten wieder aufnehmen. Und das will man eigentlich gar nicht. Denn jeder Zug zählt hier irgendwie. Und es macht einfach Laune und es gefällt mir unglaublich. Und es sieht schön aus und ich mag es. Okay. Es ist wirklich ein echt tolles Spiel. Also es hat halt nachher noch so eine Mehrheitenwertung. Es gibt vier verschiedene Regionen, in denen bauen ihr könnt. Von günstig bis teuer am Strand. Je nachdem, wo ihr seid, kriegt ihr Punkte. Es ist ein bisschen asymmetrisch. Am Strand zu bauen ist das Teuerste. Gibt euch aber auch in der Einzelwertung der Gebäude viele Punkte. Dafür nachher in der Mehrheitenwertung die wenigsten Punkte. Da wollt ihr eigentlich in den billigen Gebieten die Mehrheit haben. Es ist so ein Mix aus vielen coolen Sachen. Auch leider momentan nur auf Englisch. Also Melli ist die englische Spielevertreterin. Am Lockup war auch nur auf Englisch. Habe ich glaube ich nicht dazu gesagt. Aber fast sprachneutral. Fast sprachneutral. Also Cape May. Ja fast, bis auf die Karten. Aber Cape May ist cool. Also es ist wirklich ein schönes Spiel. Und tolles Material. Tolles Material. 3D-Gebäude. Ich hoffe auch sehr, dass es auf Deutsch kommen wird. Ich bin auch sehr gespannt, welcher Verlag sich das schnappen wird. Und ganz kurz. Es ist von Thunderbird Games. Und die haben eben auch dein Lockup gemacht. Und es kam auch nie auf Deutsch. Leute, strengt euch an. Aber andere Spiele von Thunderbird Games kamen bei Pegasus auf Deutsch. Wer weiß. Also. Also. Wird es schon werden. So, das waren erstmal unsere... Bei diesem Cover muss es werden. Top 3. Wir haben auch gesagt, es gab wieder ein Spiel oder mehrere Spiele, die uns vielleicht nicht so gut gefallen haben. Aber eins, was uns echt enttäuscht hat, ist schon... Ja, das lag ja auch lange auf dem Pile of Shame. Es ist von Essen. Es hat sich selber gesträubt, muss man sagen. Genau. Wir haben es jetzt ein paar Mal gelesen, haben es nicht gespielt. Wahrscheinlich war das schon so eine interne, also so eine spirituelle Warnung. Lass die Finger davon. Es ist If It Fits von Jolly Dutch Game. Ein kleines Kartenspiel mit süßen Katzen, die wir eigentlich in Boxen legen wollen. Und klingt auch super. Aber sobald man den ersten Spielzug macht, merkt man eigentlich sofort, dass die Mechanik nicht ganz aufgeht. Weil ich kann immer eine Karte legen und im nächsten Zug könnte ich dann da eine Katze reinlegen. Das heißt, meistens, wenn ich hier so große Katzenboxen eröffne, dann eröffne ich die und der nächste Spieler kommt, vielen Dank, ich lege meine Katze rein. Also will man eigentlich keine von diesen Boxen legen. Irgendwann muss man es. Man kann zwar noch schlafende Katzen mit reinlegen. Dann gibt es halt nachher Punkte für, wie groß ist die Box, wie viele Spielzeuge von unterschiedlicher Art oder gleicher Art waren es, ist da drin. Es hört sich jetzt gar nicht schlecht an, aber es spielt sich wirklich komplett mistig, langweilig. Weil ich habe gar keinen Bock, diese Kisten zu bauen, weil man euch was wegnimmt. Also mich hat es total enttäuscht. Super cutes Katzenarsch. Aber das Spiel an sich war leider der echte Reinfall. Und was lernen wir daraus? Wenn die Spiele sich schon sträuben, gelernt oder gespielt zu werden, dann lassen wir es am besten. Also wenn du dreimal die Anleitung gelesen hast in den letzten drei Monaten. Und es kam einfach nie dazu. Dann möchte er euch das Spiel mitteilen. Bitte spiel mich nicht. Du wirst enttäuscht sein. War bei uns jetzt in der Tat echt schon öfter so. Es werden schon öfter Spiele, wo Melli die Anleitung gelesen hat. Jetzt müssen wir es aber spielen. Ja, okay. Dann spielen wir es. Oh Mann. Vielleicht hätten wir es nicht spielen sollen. Shit happens. Ja, das soll es aber jetzt gewesen sein mit dem Februar. Er war kurz, er war aber intensiv. Er war verspielt und es kamen richtig coole Sachen raus. Auf den Tisch meine ich. Es waren natürlich noch viele andere tolle Spiele dabei. Aber das waren eben unsere Top 3, die uns richtig gecatcht und gefesselt haben diesen Monat. Ja, schreibt uns wie immer gerne dazu, was eure Top-Spiele des Monats waren. Was waren eure Enttäuschungen? Habt ihr eine Meinung zu den Spielen, die wir gespielt haben? Ansonsten, vielen Dank fürs Reinschauen. Wie gerne auch den Abo da lassen. Den Abo-Daumen. Jetzt bin ich kurz, habe ich den Faden verloren. Ihr wisst schon, was ihr zu tun habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder und dann, ja, tschüssi. Ciao, ciao.